Wir haben eigene Ziele. Wir wissen, was gut für uns ist. Wir sind Expertinnen unserer eigenen Lebenswelt. Aber wir brauchen Vertrauen in unsere eigenen Stärken. Den Mut, etwas auszuprobieren. Hilfe bei der Suche nach Möglichkeiten, unsere Ziele zu erreichen. Freiwillig engagierte Erwachsene unterstützen uns bei unseren Vorhaben. Es geht darum, die eigenen Stärken zu entdecken. Mut zu haben und Unterstützung zu finden. Selbstbestimmung. Freiheit. Unabhängigkeit. Empowerment. Ich pack das. Mit dir. Gemeinsam sind wir stark. In Kumst. Mit dir. Mit dir. Mit dir. Mit dir. Entschuldigung.